Vielleicht wird jemand... Okay, das reicht erstmal. Wir Journalisten und ganzen Journalistenvereinigungen... Du bist Michael Hunziker. Du bist Anne Will. Naomi Campbell. Conchita. Du bist Conchita Wurst. Du bist die andere. Du bist Kim Conchita Wurst. Wir in unseren Journalisten... Im Namen von ganzen Journalisten... Jetzt gehen wir bessere Eiskirt-Interviews. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinder Nahrung. Wenn du das geschickt tust... Und alle Merkmale abwischst... Was du da getan hast mit der Kotzerei und alles... Dann... Kann man sagen... Dass du nur in Jugendarrest kommst. Das steht für... Schwer vorankommen. Das steht für... Nicht fortbewegen können. Das steht für schwer... Vorankommen. Vorankommen. Ob das nichts bringt... Ob das bringt... Ist relativ relevant. Die Pferde halt... Dann mit Beinen... Die aber alle zusammengewachsen sind... Dann halt die... In unseren... Äh... Ich sag Ihnen so... Tun wir mal den ganzen Intellektuell auf die Seite. Sie nehmen es mit. Das Mett? Nicht das Mett. Das... Verstehen Sie meinen Damen und Herren? Und dann... Dann können Sie meinen... Döne... Die... Döne... Döne... Da... Vielen Dank.